Das ist unser täglicher Krisenstab, den wir seit zwei Wochen abhalten. Zwei Kollegen waren eben noch über die Krake hier von Homeoffice eingewählt gewesen. Alle Systeme sind bereit und meistern auch in diesen schwierigen Zeiten das tägliche Geschäft. Zugriff auf die Unternehmensdaten und die Steuerung der Netze gewährleistet, kann losgehen. Vielen Dank an alle, die in diesen Tagen mit uns zum Einsatz sind. Das Kundencenter ist für Sie immer erreichbar. Per Post, per Mail oder per Telefon. Ja, wie Sie sehen, sind wir für Sie da. Deshalb möchte ich Sie bitten, bleibt für uns daheim. Ihre Stadtwerker Stassfurt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017